Einen wunderschönen guten Tag. Heute rechnen wir ein Abitur zur Geometrie und wir starten direkt mit der ersten Aufgabe. Teil 1. Die Punkte A210 und B402 liegen auf der geraden G. Prüfen Sie, ob der Punkt C02-2 auch auf der geraden G liegt. So, jetzt muss ich noch kurz mein Tablet hier einstellen. Ja, okay, funktioniert. Also, Standardaufgabe zum Einstieg. Wir haben zwei Punkte, die legen eine gerade fest und wir sollen prüfen, ob ein dritter Punkt auch auf dieser geraden liegt. Wir machen es, wie gesagt, recht ausführlich. Also, wenn wir hier Punkt A hätten und sagen wir mal, hier hätten wir Punkt B, dann legen diese beiden Punkte ja eine gerade im Raum fest. So, ungefähr. Noch glätten. So. Und wir sollen prüfen, ob dieser dritte Punkt auf der geraden liegt. Wenn man jetzt ganz gut ist im Sachen Sehen, sage ich mal, dann kann man das hier direkt sehen. Aber wir machen es ausführlich. Wir stellen erstmal eine geraden Gleichung sauber auf und ich sage euch dann später noch, was sozusagen die Abkürzung gewesen wäre. Die geraden Gleichung hier, ja, da brauchen wir einen Stützvektor und einen Richtungsvektor. Als Stützvektor können wir den Ortsvektor von A nehmen. Also, der hätte dann einfach die Koordinaten 2, 1, 0. Plus T mal ein Richtungsvektor, ja, T ist nachher unser Parameter, der ist ein Element der reellen Zahlen. Und als Richtungsvektor würde ich hier den Vektor AB nehmen, ja, der A auf B verschiebt. Und wir überlegen uns kurz, wie der aussehen würde. Also, wir haben ja bei B 4, 0, 2, bei A 2, 1, 0. Also, 4, 0, 2, minus, 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 2, 1, 0. Und dann hätten wir 4, minus 2 ist 2. Sieht man es noch? Ja, 0, minus 1 ist minus 1. Und 2, minus 0 ist 2. Dann haben wir mit 2, minus 1, 2 einen Richtungsvektor. Das wäre also eine Geradengleichung. Und wir wollen wissen, ob da irgendwo dieser Punkt C, 0, 2, minus 2 liegt auf der Geraden. Das heißt, anders gefragt, gibt es ein T, welches ich hier einsetzen kann, sodass insgesamt 0, 2, minus 2 rauskommt. Schreiben wir das mal auf. Also, ich schreibe die Geradengleichung nochmal ab. 2, 1, 0, plus T mal 2, minus 1, 2. Und da soll die Koordinaten unseres Punktes C rauskommen, also 0, 2, minus 2. Ich schreibe das immer so mit einem Ausrufezeichen übers Gleichheitszeichen. Da soll das hier rauskommen. Da soll 0, 2, minus 2 was rauskommen. So, für welches T funktioniert das? Wir schauen uns das Ganze Zeile für Zeile an. So, erste Zeile. 2 plus T mal 2 soll 0 ergeben. Also, 2 plus T mal 2 soll 0 ergeben. Ja, für welches T funktioniert das? Da könnt ihr gerne kurz mitdenken. Könnt es auch in den Chat schreiben. Das funktioniert für T gleich minus 1, ja. 2 plus minus 1 mal 2 wäre 0. 0 können wir noch ein bisschen schöner machen. Nicht, dass irgendwann eine 6 draus wird. So. Also, unser T müsste minus 1 sein, damit es in der ersten Zeile passt. Wir schauen, ob es damit auch in der zweiten Zeile passt. Wir setzen es direkt ein. Also, 1 plus minus 1 mal minus 1. 1 plus minus 1, ja, für T eingesetzt, mal minus 1. Das wäre 1 plus 1, das wäre 2. Und die 2 soll auch, äh, kommt hier auch raus. Also, in der zweiten Zeile passt das auch mit diesem T. Schauen wir uns noch die dritte Zeile an. 0 plus, ja, für T minus 1 eingesetzt. Also, minus 1 mal 2. Da würde minus 2 rauskommen. Da soll minus 2 rauskommen. Passt also. Also, mit T gleich minus 1 kommen wir mit dieser Geradengleichung auf den Punkt C. Und jetzt gehen wir noch mal uns überlegen, was das bedeutet. Wir haben hier als Richtungsvektor ja den Vektor a, b genommen. Und wenn T minus 1 ist, dann gehen wir gerade einmal in die andere Richtung. Das heißt, wir würden dann hier rauskommen. Hier wäre der Punkt C. Und zur Kontrolle könnte man jetzt schauen, der Vektor CA, ja, der von C nach A verschiebt, ist ja dann der gleiche wie der Vektor a, b, der von a nach b verschiebt. Und was wäre denn der Vektor CA? CA wäre 2 minus 0, also 2. 1 minus 2, also minus 1. Und 0 minus minus 2 ist 2. Also, das wäre der Vektor CA. Und das ist auch gleichzeitig hier hinter mir stets der Vektor a, b, den wir vorhin ausgerechnet haben. Also, wir sehen hier, C liegt auf jeden Fall auf der Geraden. Das nur so als kleine Kontrolle noch mal. So, wie ich es hier jetzt gezeigt habe, könnt ihr es ausführlich überprüfen. Ja, eine Geradengleichung aufstellen. Gucken, für welches T das in der ersten Zeile funktioniert. Und dann schauen, ob das in Zeile 2 und 3 genauso funktioniert. Gut, das war diese Prüfung, diese Punktprobe. Zeigen Sie, dass die Gerade G in der Ebene E, X1 plus 2, X2 gleich 4 liegt. So, wie können wir uns das vorstellen? Was hier noch fehlt, wobei, ja, schriftlich fehlt es. Ich würde jetzt noch einmal hinschreiben, C liegt auf G. Aber das ist ja eigentlich eine mündliche Prüfung. Also, am Ende das Fazit noch einmal sagen. Ja, passt, glaube ich. Zeigen Sie, dass die Gerade G in der Ebene E liegt. Wie können wir uns das vorstellen? Wir haben irgendeine Ebene. Ich skizziere hier mal so ein bisschen. Und es wird jetzt behauptet, diese Gerade G liegt hier in der Ebene E. Ja, also insbesondere diese Punkte A, B, die unsere Gerade G ja festlegen. Ja, es ist immer noch die gleiche wie oben. Diese beiden Punkte liegen in der Ebene. Und das ist eigentlich dann auch schon alles, was ich zeigen muss. Wenn ich zeige, dass diese Punkte in der Ebene liegen, dann liegt automatisch hier auch die Gerade in der Ebene. Die Koordinaten der Punkte, ich schreibe sie noch einmal hin, die waren oben gegeben. Das war 2, 1, 0. Und Punkt B hatte die Koordinaten 4, 0, 2. Also reicht es, wie gesagt, zu zeigen, dass diese beiden Punkte in der Gerade liegen. Wie machen wir das? Wir kümmern uns erst mal um Punkt A. Die Koordinaten hier, das ist ja die x1-Koordinate, x2 und x3. Und die setzen wir in die Ebenengleichung ein. Und wenn da 4 rauskommt, dann liegt dieser Punkt in der Ebene. Wenn da was anderes rauskommt, liegt er nicht in der Ebene. Also 2 plus 2 mal die x2-Koordinate, also plus 2 mal 1. Und dann geht es gar nicht mehr weiter mit x3, kommt hier gar nicht vor. Wir schauen direkt nach, was kommt da raus. 2 plus 2 mal 1, da kommt 4 raus. Das heißt, Punkt A liegt in der Ebene. Das Gleiche noch einmal für Punkt B. 4 eingesetzt für x1 plus 2 mal x2. Das ist hier 0. 4 plus 2 mal 0 ist auch 4. Soll rauskommen. Also liegt auch Punkt B in der Ebene. Und damit wissen wir, wenn Punkt A und Punkt B in der Ebene liegt, dann liegt auch unsere Gerade G in der Ebene. G liegt in E. Damit hätten wir das hier gezeigt. Gut, soweit so gut. Ermitteln Sie die Gleichung einer weiteren Ebene, die ebenfalls die Gerade G enthält. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen was vorstellen. Ich mache nochmal die Zeichnung von eben. Wir haben unsere Ebene E. Wir hatten die Gerade G, die hier in E liegt. Und wir wollen jetzt eine weitere Ebene, die ebenfalls die Gerade G enthält. Die aber anders ist als diese Ebene E. Also wir können jetzt nicht einfach die Ebenengleichung ein bisschen umformen, sodass es noch die gleiche Ebene darstellt, sondern wir wollen eine weitere Ebene. Man könnte sich das jetzt vorstellen, dass das, ich versuche es mal zu zeichnen, eine Ebene ist, die ungefähr so verläuft. So, also vielleicht das hier muss ich kurz anders zeichnen. Also das wäre hier noch oben, das wäre hier dahinter jetzt. So kann man es sich vorstellen. Also wie so ein Windrad, ist die Ebene E hier mit der Geraden G als Achse gedreht. Das wäre eine weitere Ebene. Die nenne ich mal F. Und wir wollen von dieser Ebene F eine Gleichung. Also eine, ja, ist hier nicht näher spezifiziert, welche Art von Gleichung, kommen wir gleich dazu. Aber wir wollen eine Gleichung für F aufstellen. Wir wissen, hier ist irgendwo Punkt A, hier ist irgendwo Punkt B. Und, ja, wir können jetzt versuchen, diese Ebene aufzuspannen mit Vektoren. Also wir nehmen nicht mehr die Koordinatengleichung wie oben. Das wäre eine Koordinatengleichung. Sondern wir benutzen jetzt einen Ortsvektor und zwei Spannvektoren, die die Ebene aufspannen. So, also ich schreibe es mal hin. Ebene F. Wir nehmen einen Ortsvektor, der uns erstmal auf die Ebene führt. Da können wir den Ortsvektor von A zum Beispiel benutzen. und dann R mal einen Spannvektor und dann, ich lasse mal kurz eine Lücke, plus S mal den zweiten Spannvektor. Und R und S sind unsere Parameter, sind Elemente der reellen Zahlen. So, was können wir für Spannvektoren hier benutzen? Ja, wir könnten den Vektor A, B hier als einen Spannvektor benutzen. Und dann bräuchten wir noch einen zweiten, der hier irgendwie auch auf dieser Ebene liegt. Ja, also der hier die Ebene aufspannt. Wobei, es war ein bisschen falsch formuliert, ein Vektor liegt nicht hier auf einer Ebene. Ja, ein Vektor hat ja keine Position. Aber diese beiden Vektoren würden uns die Ebene aufspannen. So, wir haben gesagt, als ersten Spannvektor können wir A, B nehmen. Ja. Und dann ist die Frage, was können wir hier für einen Vektor nehmen? Und für den gibt es jetzt zwei Eigenschaften, die der nicht haben darf. Zum einen darf der kein Vielfaches von A, B sein, weil sonst würde er hier entlang dieser Geraden verschieben, ja. Dann würde es ja gar keine Ebene aufspannen. Also die Spannvektoren dürfen ja keine Vielfachen voneinander sein. Sonst spannen sie keine Ebene auf, sondern zeigen ja beide in die gleiche oder in die entgegengesetzte Richtung. Also wir sagen mal, dieser Vektor hier, ich lasse mal hier noch eine Lücke, dieser Vektor darf kein Vielfaches von A, B sein. Das ist die erste wichtige Sache. Und dann darf dieser Vektor auch nicht hier entlang der Ebene E verschieben, weil sonst würde es ja gerade wieder die Ebene E ausspannen, ja. Wir wollen, dass der ein bisschen in eine andere Richtung zeigt. Diese Ebene E hat so einen normalen Vektor, ich nenne ihn mal N, und der steht ja orthogonal auf dieser Ebene. Das heißt, unser Spannvektor hier darf nicht zufällig orthogonal zu diesem normalen Vektor sein, ja. Weil sonst würden wir wieder mit A, B und diesem Spannvektor die Ebene E aufspannen. Das heißt, unser Vektor hier, den wir gerade suchen, darf nicht orthogonal zu diesem normalen Vektor sein. Diese beiden Bedingungen müssen gelten für unseren Spannvektor. So, wir überlegen uns mal kurz, was da gehen könnte. Also der Vektor A, B, den haben wir vorhin schon mal ausgerechnet. Der war 2, minus 1 und 2. Und der Vektor N, also der normalen Vektor der Ebene, den können wir ja ablesen. An der Ebenengleichung oben üben wir das nochmal. Wie kann man hier einen normalen Vektor ablesen? Wenn du das ausführlich schreibst, dann würdest du schreiben, 1 mal x1 plus 2 mal x2 und x3 kommt gar nicht vor, also plus 0 mal x3. Das wäre dann dieser Teil hier ausführlich geschrieben. Und da sehen wir die Koordinaten des normalen Vektors, also N hätte die Koordinaten 1, 2 und 0. Das ist der normalen Vektor dieser Ebene E. Ja, ich zeichne ihn hier mal noch ein. So. 1, 2, 0, merken wir uns kurz. 1, 2, 0. Und zudem darf dieser Vektor, den wir suchen, nicht orthogonal sein. Jetzt probieren wir einfach mal einen aus. Wenn ich hier 1, 1, 1 nehme. Ist 1, 1, 1 ein Vielfaches von 2 minus 1, 2? Nee, weil 1, 1, 1 mal irgendwas, da komme ich nicht auf 2 minus 1, 2. Also 1, 1, 1 ist kein Vielfaches von diesem Vektor AB. Das ist schon mal gegeben. Ist es auch nicht orthogonal zu dem Vektor N? Ja, wie prüft man, ob zwei Vektoren orthogonal sind? Indem man Skalarprodukt ausrechnet. Also machen wir das mal kurz. Wir nehmen den normalen Vektor 1, 2, 0 und rechnen das Skalarprodukt mit diesem Vektor 1, 1, 1 und schauen, was da passiert. 1 mal 1 plus 2 mal 1 plus 0 mal 1. Da kommt, ja, 1 mal 1 ist 1 plus 2 mal 1 ist 2. Also 1 und 2 und 0 ist 3. Da kommt 3 raus. Und vor allem kommt da nicht 0 raus, weil sonst wären die ja orthogonal. Wir sehen also, sie sind nicht orthogonal. Da kommt nicht 0 raus. Also 1, 1, 1 ist auch nicht orthogonal zum normalen Vektor. Also würde diese Geradengleichung hier, ja, eine neue, äh, diese Ebenengleichung hier, das wäre die Gleichung einer weiteren Ebene, die ebenfalls die Gerade G enthält. So könnten wir diese Ebene ausspannen. Es gibt hier natürlich noch, ja, beliebig viele andere Möglichkeiten für diesen Vektor. Ähm, je nachdem, ja, wie diese Ebene genau im Raum liegt. Gut, ähm, ich glaube, zwei Aufgaben, ja, zwei Aufgaben gibt es noch. Dann haben wir es schon geschafft. Bestimmen Sie die Koordinaten eines Punktes D, der auf der Geraden G liegt und von Punkt A den Abstand 9 hat. Schauen wir uns noch mal die Gerade etwas genauer an. Also wir haben hier irgendwo Punkt A. Ja, kann man ein bisschen höher machen. Punkt A. Wir haben hier irgendwo Punkt B. Wir haben dann diese Gerade. Ja, wird gleich wieder schöner, Moment. So. Wir haben diese Gerade G, die durch die Punkte A und B verläuft. Und wir suchen einen Punkt D, der hier irgendwo auf der Geraden liegt und von A den Abstand 9 hat. Also hat es nichts mit diesen Kästchen zu tun, ja, einfach nur eine Skizze. Ähm, diesen Punkt D suchen wir. Die Geradengleichung zu G haben wir vorhin ja schon aufgestellt. Das war 2, 1, 0. Also das war der Ortsvektor von A plus T mal 2, minus 1, 2. Das war der Richtungsvektor hier. Wir schreiben wieder sauber auf. T Element der reellen Zahlen. Ich schaue noch mal kurz zur Probe nach, ob das auch stimmt. Ähm, hier hatten wir es. 2, minus 1, 2. Genau. Und 2, 1, 0. Gut. Wie kommen wir jetzt zu Punkt D, wenn der genau den Abstand 9 haben soll? Wir können mal versuchen, den Ortsvektor von D aufzuschreiben. Also unser Plan könnte sein, wir gehen zunächst vom Ursprung zu A. Das wäre ja, na, ich schreibe es gleich mit Zahlen hin, 2, 1, 0. Und dann gehen wir entlang dieser Geraden mit dem Richtungsvektor A, B. Und wir gehen eben so oft hier entlang dieser Geraden, bis wir genau 9 Längeneinheiten von A entfernt sind. Also hier kommt noch ein Faktor rein, den wissen wir noch nicht. Also es soll keine 0 sein. Ich mache mal kurz ein Kästchen. Mal diesen Richtungsvektor, 2, minus 1, 2. Sodass wir genau 9 Längeneinheiten uns bewegt haben. Wenn wir wissen wollen, wie weit wir uns bewegen, wenn wir einmal diesen Richtungsvektor entlang gehen, ja, da müssen wir die Länge von diesem Richtungsvektor mal rausfinden. Wie finden wir das raus? Die Länge von so einem Vektor ist der Betrag von diesem Vektor. Also wir suchen den Betrag des Vektors 2, minus 1, 2. Das rechnest du aus mit dieser Wurzel, ja, da steckt der Ersatz des Pythagoras zweimal drin. Also 2 im Quadrat plus die minus 1 im Quadrat plus die 2 im Quadrat. 4 und 1 und 4 ist insgesamt die Wurzel von 9 und das ist 3. Und das passt ja jetzt schon ganz gut. Also wir wissen jetzt, der Vektor a, b, der hat die Länge 3, also 3 Längeneinheiten. Wir wollen 9 Längeneinheiten Abstand von a haben. Also müssen wir hier gerade noch mal 3 und noch mal 3 gehen. Ich habe die Skizze mit Absicht so gemacht, dass es auch ungefähr passt hier. Das heißt, wir müssen 3 mal diesen Vektor a, b entlang gehen. Ich lösche dieses Kästchen. Also 3 mal diesen Vektor a, b. Und jetzt können wir rechnen. 2 plus 3 mal 2 ist 8. 1 plus 3 mal minus 1 ist minus 2. Und 0 plus 3 mal 2 ist 6. Das wären die Koordinaten des Ortsvektors von d. Und wir sollen aber kein Ortsvektor angeben, sondern wir sollen die Koordinaten des Punktes angeben. Deswegen schreibst du einfach mal sauber hin. 8 minus 2 und 6. Und das wären die Koordinaten des Punktes d, der von a den Abstand 9 hat. Könnten natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber wir sollen ja hier nur eines Punktes, also die Koordinaten eines Punktes finden. Gut, kommen wir zur letzten Aufgabe. Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem man die Koordinaten eines Punktes p bestimmen kann, der mit den beiden Punkten a und b ein gleichseitiges Dreieck bildet. Okay, wir haben Punkt a. Wir haben Punkt b. Und wir suchen einen Punkt p, sodass dieses Dreieck p, a und b ein gleichseitiges Dreieck ist. Also dass alle drei Seiten gleich lang sind. Also wir könnten zum Beispiel, ich mach's mal ungefähr, hier so einen Punkt p suchen. Und dieses Dreieck hier, das soll gleichzeitig sein. Der Punkt b könnte aber natürlich auch hier unten liegen. Und da wir ja sogar ja im dreidimensionalen Raum sind, der könnte ja auch hier vorne so aus dem Bild rauskommen oder hier nach hinten oder hier irgendwo schräg nach oben gehen. Also gibt unendlich viele solche Punkte p, die ein gleichseitiges Dreieck bilden. mit dem, ja, mit a, b. Wir sollen nur ein Verfahren beschreiben. Wir müssen es nicht zu Ende rechnen, aber wir sollen ein Verfahren beschreiben, wie wir zu so einem Punkt p kommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir versuchen mal, ein Verfahren aufzuschreiben. Und zwar würde ich erst mal hier den Mittelpunkt der Strecke a, b suchen. den nenne ich m der Strecke a, b. Wie würdest du das rechnen? Du könntest die Koordinaten, also sozusagen die Durchschnitte der Koordinaten von a und b bilden, dann hast du einen Mittelpunkt. Oder etwas ausführlicher, du gehst den Ortsvektor von a entlang und dann ein halb mal den Vektor a, b. Dann kommst du auch hier an. Also den Mittelpunkt kann man finden. Dann könnten wir versuchen, einen Vektor v zu finden, der hier orthogonal zu a, b ist. Also irgendein Vektor v und ja, das Skalarprodukt von v und a, b muss dann eben 0 sein. Da kann man bei v die ersten beiden Koordinaten beliebig auswählen. Also sagen wir 1, 1 und dann die dritte Koordinate eben so wählen, dass das Skalarprodukt 0 wird. Also Vektor v soll orthogonal zu a, b sein. Und dann könnten wir ja mit diesem Vektor v eine Geradengleichung aufstellen. Das ist jetzt ein bisschen schief geworden. Also hier eine Gerade g. V wäre der Richtungsvektor von g. Und der Punkt p wäre dann ein Punkt, der auf dieser Geraden g liegt. Also ich schreibe erstmal kurz auf, wir bilden diese Gerade g. dann nehmen wir als Stützvektor den Ortsvektor von m plus t mal dieses v. t-elementarellen Zahlen wieder dazuschreiben. Und für irgendein t kommt dann ein Punkt p raus, der gerade den gleichen Abstand zu a hat, wie a zu b oder wie b zu p. Also für verschiedene t's, wenn ich hier diese ganzen t's wähle, dann kommen hier Punkte p raus, die auf der Geraden liegen. Und wir wählen unser t jetzt so, dass die Strecke a, p Moment. So, dass die Strecke a, p gleich lang ist wie die Strecke a, b. Schreiben wir das kurz auf, dann sage ich euch, wie das funktionieren würde. t so wählen, dass der Betrag des Vektors a, p, das ist ja gerade die Länge der Strecke a, p, dass die gleich die Länge der Strecke a, b ist. Also der Betrag des Vektors a, b. Den haben wir vorhin schon ausgerechnet. Da kam ja 3 raus. Das war hier oben so. Also wie würde man das machen oder wie könnte man das machen? Man könnte so einen allgemeinen Punkt auf der Geraden beschreiben, mit diesem t noch als Parameter drin. Mit diesem allgemeinen Punkt hier den Betrag ausrechnen. Das heißt, man hätte dann hier diese Wurzel noch mit einem t drin. Und man wüsste aber, es soll 3 rauskommen. Dann könnte man das eben am Ende nach t umstellen, sodass 3 rauskommt. Und dann hätte man ein t gefunden. Da würden dann auch hier zwei t's erstmal rauskommen, weil mit dieser Geraden hier unten gäbe es ja nochmal einen Punkt p, der passen würde. Und dann hätte man eben die Koordinaten eines Punktes p rausgefunden, sodass man hier ein gleichseitiges Dreieck hat. Wie gesagt, hier steht nur beschreiben Sie ein Verfahren. Das haben wir jetzt gemacht. Man könnte es auch noch zu Ende rechnen. Das wird hier in dieser mündlichen Prüfung jetzt nicht verlangt. Aber so zur Übung kannst du durchaus mal probieren, das noch zu Ende zu rechnen. Wenn du das hier später auf YouTube anschaust, dann gibt es ja auch Kommentare. Da könntest du dann deinen Lösungsweg mal reinposten. Oder eben beim Discord. Hier beim Nachhilfe Discord kann man ja auch Sachen schreiben. Und dann war es das zu diesem Abi heute. Ich hoffe, es sind wenig Fragen offen geblieben. Ansonsten schreibt sie jetzt in Chat oder bei YouTube in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.